Hi, mein Name ist Mustafa Göktasch, auch Musti genannt. Und wir hatten ein tolles Shooting heute für die Relaunch von Image Couture. Jens und Nadja arbeiten immer sehr sauber. Das heißt, bis das erste Mal Klick macht, da muss wirklich alles setzen und das Licht und die Kleidung und alles. Und daher immer sehr, sehr gute Arbeit. Ich habe Jens und Nadja vor circa fünf Jahren kennengelernt. Wir haben auch schon sehr oft miteinander gearbeitet. Und ich muss sagen, wenn ich eure Bilder zeige oder eure Videos, das kommt beim Publikum immer noch ein bisschen besser an wie die meisten anderen Fotos. Heute waren dabei Caladan Leder aus Mallorca, dann Kalkap Maßanzüge von Skabal. Wir hatten die Jens Box dabei, Cafarini Schoes aus Berlin dabei, Göktasch Fashion natürlich dabei und nicht zu vergessen Baxman. Wir haben uns sehr lange Zeit genommen. Wir hatten vorab schon ein Fitting mit Jens Box und Kalkap, haben da schon so ein bisschen zusammengesteckt, wie wir die Accessoires hinbekommen. Wir haben uns den kompletten Samstag genommen, dass wir da wirklich alles kombinieren können und schauen. Wir haben da auch so ein bisschen Stilbrüche drin gehabt, dass wir einfach auch mal was anderes haben und nicht immer diese monotone Shooting haben. Und das Ergebnis werdet ihr sehen. Also richtig gut. Also mit der Mode in Verbindung. Ich komme die ganze Zeit in Verbindung damit. Erstens modelle ich schon sehr, sehr viele Jahre. Ich bin seit einigen Monaten auch Designer. Mache sehr einfache, klare Strukturen in meinen Klamotten. Also kann man auch sehen. Das heißt, man kann sie mit sehr, sehr vielem kombinieren. Wirklich immer ganz klare Details. Und mit der Moderation. Da ist ja auch Mode ganz wichtig. Da habe ich auch verschiedene Firmen, mit denen ich kooperiere. Da bin ich auch Markenbotschafter. Vor allem sehr, sehr viele Jahre schon für Caladan. Mit den Taschen, was wir machen. Auch mit Anzügen und auch mit anderen Marken eben.